Hallo und herzlich willkommen zu den Eifrig News Nummer 18, Kalenderwoche 2 vom neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Die meisten von euch haben ja wahrscheinlich auch wieder angefangen zu arbeiten. Bei mir ist es jetzt auch wieder losgegangen, von dem ja wieder im normalen Trott. Jetzt wird Gas gegeben fürs neue Jahr sozusagen. Heute in den Eifrig News zwei Themen. Und zwar geht es um Messenger. Es geht um WhatsApp. Ihr habt sicher alle dieses schöne Pop-up bekommen von den neuen Benutzerrichtlinien. Das müssen wir natürlich drüber sprechen. Und dann will ich euch vor allem ein paar Alternativen zu WhatsApp vorstellen. Weil wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen der Zeitpunkt gekommen ist, mal zu überlegen, wie kommt man eigentlich weg vom Datenkraken? Wie kann ich verhindern, dass meine Daten alle zu Facebook gehen? Ich zeige euch die wichtigsten Alternativen. Und dann müssen wir, ich hoffe wirklich zum letzten Mal, noch über das Trampeltier sprechen, beziehungsweise über den Trump, der jetzt eben offline geht. Praktisch alle sozialen Netzwerke haben ihn rausgeschmissen. Was heißt das? Was heißt das für ihn? Was heißt das? Was sagt das über die Macht der sozialen Netzwerke aus? Was passiert mit der Redefreiheit? Da müssen wir ganz kurz drüber sprechen. Aber ich schlage vor, wir legen jetzt zuerst mal los mit Messengern. Ja, WhatsApp. Der Platz hier ist par excellence. Dass der Messenger, wo du quasi jeden, ich hätte fast gesagt Social Network, ist ja sozusagen bei gewissen Gruppen auch ein soziales Netzwerk. Aber der Messenger, wo du quasi praktisch weltweit jeden erreichen kannst, die haben neue Nutzungsbedingungen. Und diese neuen Nutzungsbedingungen werden euch da beim Smartphone angezeigt. Und ihr habt dann da die Möglichkeit, annehmen zu klicken, also akzeptieren. Oder ihr könnt dieses Fenster wegklicken. Aber keine Angst, das kommt jeden Tag wieder, beziehungsweise alle zwei, drei Tage. Poppt das dann wieder auf. In diesem Pop-Up steht ja eigentlich nur neue Nutzungsbedingungen, bla bla. Und dann hat es einen Link und wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr mal suchen gehen. Und dann findet ihr raus, dass sich WhatsApp in Zukunft, genauer gesagt ab dem 8. Februar, das Recht rausnimmt, noch mehr Daten mit Facebook zu teilen und mit anderen Facebook-Diensten. Das Ganze ist ja der große Masterplan von Facebook. Facebook versucht quasi, mehr Daten aus WhatsApp rauszubekommen. Das ist genau das, was sie immer gesagt haben, was sie nicht machen, aber das kommt jetzt. Und sie wollen ja, so verkaufen sie es auch so ein bisschen, dann ermöglichen, dass du quasi von Facebook-Messenger, Instagram-Messenger und WhatsApp-Messenger, all die Dienste, die ja zu Facebook gehören, untereinander dann quasi diese Messenger nutzen kannst. Also ich kann dann hier von Instagram, vom Messenger jemandem auf WhatsApp eine Nachricht schicken, der kann mir antworten über Facebook-Messenger und so weiter. Das klingt grundsätzlich okay, ist aber natürlich datenschutztechnisch ein Unding eigentlich, eine Katastrophe sozusagen. Übrigens, wenn ihr findet, nee, das will ich nicht, dann könnt ihr das schon immer wegklicken, das Fenster. Aber ab dem 8. Februar, wenn ihr bis am 8. Februar nicht dort mal akzeptieren geklickt habt, dann fliegt ihr aus WhatsApp raus oder ihr könnt einfach WhatsApp nicht mehr nutzen. Also das ist nicht ein Nice-to-have, sondern ihr werdet gezwungen. Wollt ihr WhatsApp nutzen, müsst ihr die neuen Nutzungsbedingungen anklicken. Punkt. So, ist halt so. Und da stellt sich jetzt natürlich für den einen oder anderen die Frage, ja hey, gibt es denn eigentlich Alternativen? Und natürlich gibt es Alternativen. Es gibt haufenweise Alternativen, die alle ein Problem haben. Und da komme ich dann am Ende dazu. Und zwar, fangen wir mal an. Das ist überhaupt nicht abschließend. Es gibt extrem viele Messenger, ist völlig klar. Ich dachte mir, ich konzentriere mich mal auf vier. Ja, ich konzentriere mich mal auf zwei, die wirklich den Datenschutz an oberster Stelle stehen. Einen anderen und einen, der jetzt immer wieder als Alternative genannt wird, aber der zumindest datenschutztechnisch definitiv keine Alternative ist. So, fangen wir an. Wenn ihr im Apple-Universum unterwegs seid, ihr habt zum Beispiel ein iPad, ihr habt natürlich ein iPhone, ihr habt ein Mac, also so wie ich hier in meinem Setup im Moment gerade daherkomme. Und ihr wisst vor allem, dass ihr eigentlich nur mit Apple-Nutzern kommunizieren möchtet. Ja, dann ist es easy. Dann schmeißt WhatsApp weg. Dann habt ihr iMessage. iMessage ist perfekt. Es ist verschlüsselt. Es ist sicher. Apple will nicht eure Daten. Apple will euer Geld, indem ihr teure Hardware kauft. Also iMessage kann fast alles, nicht ganz, aber kann sehr vieles, was WhatsApp auch kann. Ich behaupte mal, das Allermeiste kann iMessage auch. Ist auf jedem iPhone drauf, ist auf jedem Mac drauf, auf jedem iPad drauf. Funktioniert völlig seamless, auch nur mit E-Mail-Adresse. Also iMessage ist perfekt. Und wenn ihr mal aus Versehen quasi einem Fremdling, so einem Android-Nutzer was schickt, dann macht iMessage automatisch eine SMS raus und verschickt die das. Das heißt, ihr könnt auf dem Level, das ist zwar so ein bisschen Morse-Code-mäßig 1880er Jahre, aber hey, es funktioniert. Ihr könnt zusammen kommunizieren. Also wenn ihr vor allem mit Apple unterwegs seid und wisst, dass die, die ihr erreichen wollt, oder eure Familiengruppe oder so, oder eure Eltern, die haben alle auch iPhones, dann ist iMessage eine wunderbare Alternative. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich nicht müsste, ich hätte, ich würde nur mit iMessage kommunizieren. Also das wäre mein perfekter Dienst, aber ich brauche auch WhatsApp und alle anderen auch. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal, also für Apple-Nutzer ist es relativ einfach, aber ja, die Welt ist eben nicht monothematisch, beziehungsweise das Zauberwort heißt plattformübergreifend, ein Wort, das man bei Apple gar nicht kennt. Also plattformübergreifend ist natürlich das, was wir eigentlich alle wollen. Ich meine, ich will ja hier meine Nachrichten möglichst nutzen auf einem Android-Smartphone, auf einem, ich will einen Android-Nutzer anschreiben können und so weiter. Wir wollen zusammen chatten können. Und ich will nicht immer zuerst abchecken, hat der ein iPhone? Also von dem her gesehen, iMessage ist so ein bisschen ein Spezialfall, aber super cool. Also wenn ihr wisst, der andere hat ein iPhone und ihr habt auch eins, dann würde ich immer zu iMessage greifen. Dann, es gibt zwei, das sind so die bekanntesten, wirklich sichere Alternativen zu WhatsApp. Und das eine ist, die Schweizer haben es erfunden, da bin ich natürlich besonders stolz drauf, ist Threema. Threema gibt es schon ein paar Jahre lang. Threema ist eigentlich wie WhatsApp, nur sicher. Verschlüsselt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat WhatsApp aber auch. Keiner will eure Daten. Das Ganze liegt in der Schweiz, die Server liegen in der Schweiz. Da wird nichts nach USA transferiert und und und. Also hat ganz viele Vorteile und hat vor allem in den letzten Jahren dahingehend aufgeholt, dass sie die Features eingebaut haben, die nötig sind. Das heißt Sprachnachrichten, das heißt Videotelefonie, das heißt natürlich auch Audio-Telefonie. Ihr könnt darüber auch telefonieren, was ja ganz viele bei WhatsApp machen, das vergisst man immer. Es ist ja längst nicht mehr nur ein Messenger. Es ist ja ein ganzes System, wo du darüber kommunizieren kannst. Das kann alle Threema inzwischen auch. Ihr habt auch einen Web-Client, beziehungsweise eine Möglichkeit über Web-Browser. Weil wenn ihr viel chattet, ist es einfacher am Computer zu schreiben, als auf dem Smartphone. Das kann alle Threema. Der einzige Nachteil, es kostet drei Fränkle oder glaube ich drei Euro. Ich weiß gar nicht, wie es in den Euro-Stores kostet. Aber hey, seien wir ehrlich. Also ihr wisst genau, nichts auf der Welt ist gratis. Und wenn ein Dienst gratis ist, zahlt ihr halt mit euren Daten. Und bei Threema zahlt ihr halt einmal kein Abo-Modell, nichts. One time. Ich habe vor x Jahren mal drei Franken gezahlt und seit da kann ich es nutzen. Und ja, eine Espresso weniger. Also das darf in meinen Augen kein Hinderungsgrund sein. Ein Hinderungsgrund könnte natürlich sein, dass ja die anderen auch alle Threema brauchen, wenn ihr mit Threema quasi sicher kommunizieren wollt. Da komme ich ganz am Schluss noch dazu. Dann gibt es als Gratis-Alternative sozusagen Signal. Signal ist ein sehr bekannter Messenger, der sehr, sehr sicher ist. Der auch Open Source ist, wo die Leute wirklich auch, wenn man drauskommt, schauen können, ist das wirklich sicher? Da funktioniert die Verschlüsselung, wie sie sollte? Edward Snowden hat den Dienst sicher dem breiteren Publikum bekannt gemacht, als er vor ein paar Jahren, als er da von der CIA flüchten musste, auch über Signal kommuniziert hat. Und das tut er noch heute. Elon Musk hat am Wochenende gerade einen Tweet rausgehauen und gesagt, hey, nutzt Signal. Und dann ist irgendwie der Aktienkurs einer Firma, die Signal heißt, die aber nichts damit zu tun hat, um 1000% gestiegen. Völlig crazy. Aber okay, also Signal ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Vor allem, wenn ihr international kommuniziert, kann ich mir vorstellen, dass man Signal wahrscheinlich eher noch kennt, als zum Beispiel Threema. So, und dann gibt es eine vermeintliche Alternative, die einfach keine Alternative ist. Und das ist, also, wenn es um den Datenschutz geht. Ganz wichtig, wir reden ja jetzt hier davon, dass ihr WhatsApp nicht mehr wollt, wegen den Daten, die an Facebook gehen könnten in Zukunft. Also, es geht ja jetzt nicht um die Features. WhatsApp hat unglaublich viele Features. Da ist es wahrscheinlich der Platzhirsch. Ganz klar. Ich komme jetzt zu einem Punkt, der wahrscheinlich ungefähr gleich viel kann. Aber es geht ja jetzt um den Datenschutz. Also, wenn ihr weg wollt von WhatsApp, weil ihr Datenschutzbedenken habt und jetzt die neuen Nutzungsbedingungen problematisch findet. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee. Hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen. Und da gibt es, wird immer wieder Telegram genannt. Immer wieder kommt, ja, Telegram, cool, musst mal gucken, da sind alle Freunde auch. Wenn ich hier auf Telegram gucke, ich habe natürlich Telegram auch, dann jeden Tag macht es, dack, 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 der ist noch auf Telegram und so. Das zeigt euch, wenn ihr wollt, Telegram ja an. Beziehungsweise, ich habe nie rausgefunden, wie man es deaktivieren kann. Wenn ihr das wisst, schreibt das unbedingt unten in die Kommentare. Das nervt mich immer tierisch. Kann man, glaube ich, nicht abschalten. Ist jedes Mal drin. Aber hat im Moment massiv Zulauf. Ist auch ein bisschen in Verruf, weil die ganzen Schwurbler, Corona-Leugner und Spinner da auch drauf sind. Bei Telegram ist es so, Telegram ist nicht per se sicher. Ihr könnt verschlüsselte Chats machen. Ihr müsst das aber jedes Mal aktivieren. Das ist nicht per se alles verschlüsselt. Weil, es ist ja noch wichtig bei WhatsApp, problematisch ist, dass sie Daten weitergeben an Facebook. Aber das sind nicht eure Chats. Wenn ich mit dem Malte Kirchner zum Beispiel über WhatsApp kommuniziere, machen wir nicht, wir nutzen iMessage, anderes Thema, dann ist das verschlüsselt. Da kann auch WhatsApp nicht drauf. Das ist Ende zu Ende verschlüsselt. Die nutzen übrigens das gleiche Protokoll wie Signal. Also das ist schon sicher. Das Problem ist aber natürlich, dass die ganzen Metadaten, mit wem habe ich wann wie oft kommuniziert, das sind ja auch ganz heikle Daten. Da geht es nicht darum zu lesen, was wir schreiben, der Inhalt der Chats, sondern diese Metadaten. Und die sind eben bei WhatsApp, könnten die in Zukunft zum Beispiel an Facebook gehen und dort ausgewertet werden und so. Aber nur einfach, dass es mal klar ist. Es ist nicht so, dass WhatsApp per se komplett unsicher ist. Bei Telegram ist man sich da gar nicht so sicher. Ursprünglich aus Russland, inzwischen aber in den USA beheimatet. hat extrem viele Features. Wenn ihr Gruppen, große Gruppen managen wollt und so Gruppengeschichten machen wollt, dann ist Telegram deutlich besser als WhatsApp. Also Telegram hat dort natürlich große Vorteile. Funktioniert vor allem auch ohne Handynummer. Ihr könnt euch einfach sonst anmelden. Funktioniert hat Clients für jedes nur erdenkliche System. Für den Mac, also für alle Betriebssysteme kriegt ihr einen eigenen Client. Das ist alles synchronisiert. Nicht so eine Scheiße wie bei WhatsApp, wo es nur auf einem Handy ist und sonst nirgends und so. Also rein technisch, technologisch vom Feature-Set her ist Telegram großartig. Aber bitte weicht nicht auf Telegram aus, wenn ihr denkt, WhatsApp sei zu unsicher wegen den Daten. Da kommt ihr quasi vom Regen in die Traufe. Das muss man einfach, Telegram ist eine Alternative, wenn ihr sagt, ich will das Gruppenmanagement machen. Es gibt auch hervorragende Gruppen, sind nicht nur Spinner dort. Also ganz coole Sachen. Da ist wirklich Telegram großartig. Da kann man sich abonnieren. Man kann verschiedene Dinge tun. Man kann Gruppen, wo nur der eine posten kann, die anderen lesen. So eine Art wie RSS nur innerhalb von Telegram. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Features. Absolut klar. Aber der Datenschutz, also nicht unbedingt. So. Und dann gibt es natürlich noch Viber und es gibt noch ganz viele andere. Aber die will ich gar nicht alle aufzählen. Ich denke jetzt mal einfach diese vier großen. Wenn es euch um den Datenschutz geht und ihr wisst, ihr könnt ein paar Leute davon überzeugen, die, die ihr wirklich braucht, eure Familie zum Beispiel, eure Familienchatgruppen, dann könnt ihr zum Beispiel Threema oder Signal nehmen. Die sind wirklich sicher. iMessage, wenn ihr sowieso nur mit Apple-Leuten kommuniziert. Und Telegram, das ist einfach eine Alternative. Klar, aber nicht in Bezug auf Datenschutz. Sondern wenn ihr sonst tolle Features wollt, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Der Client ist natürlich viel besser. Die Synchronität ist genial. Ich meine, ich hasse das an WhatsApp. Alles nur auf einem Gerät. So ein 1800er Zeug da, also das ist ja wie 2000, Anfang der 2000er, wie beim SMS. Das wollen wir eigentlich ja nicht. Also da ist technologisch WhatsApp wirklich Mist. Da ist Telegram viel besser, aber nicht was den Datenschutz anbelangt. Also da nicht falsch liegen. All die Systeme haben ein ganz großes Problem und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist die Erreichbarkeit. Messaging ist eben nicht wie E-Mails. Ich kann hier von einem Mac an ein Unix-System ein E-Mail schreiben. Der kann das lesen. Der Linux-Freak kann das auf der Kommandozeile lesen, wenn er es lustig findet. Und ich habe hier ein schönes Web-GUI. Kein Problem. Mail geht immer. Bei Messaging ist es nicht so. Messaging ist zwischen WhatsApp, von WhatsApp nach WhatsApp. Und von Telegram nach Telegram. Und von iMessage zu iMessage und so weiter. Also das ist das Grundproblem. Und bei WhatsApp, die sind schon so lange auf dem Markt. Die haben SMS abgelöst, schon vor vielen Jahren. Da erreicht ihr einfach jede Socke. Und das ist ein gigantischer Vorteil. Und darum, wir Geek und Freak, die uns jetzt aufregen über diese neuen Nutzungsregeln. Wir dürfen einfach nie vergessen, dass das den allermeisten Leuten völlig wurscht ist. Und ich verurteile das auch nicht. Das ist okay. Also wenn das den Leuten wurscht ist, weil sie sagen, hey, aber ich kann meine Tante, ich komme an die Handynummer meiner Tante, zack, sie ist auf WhatsApp, ist doch toll. Dann ist das ein Vorteil. Ja, muss man ganz klar sagen. Keine Ahnung, warum der wieder abstellt. Ich finde es immer lustig, wenn der da hinten ein bisschen was anzeigt. Also das ist natürlich ein Vorteil, den werden die anderen wahrscheinlich nie einholen. Muss man einfach, muss man neidlos anerkennen. Es ist einfach so. WhatsApp ist Standard. WhatsApp ist quasi der Messaging-Standard. Punkt. Und das fast auf der ganzen Welt. Drum, auch wenn wir Freak und Geeks uns jetzt aufregen und das Ende von WhatsApp beschwören, vergesst es. WhatsApp ist da, um zu bleiben und die gehen auch nicht weg. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei einer muss man anfangen, absolut klar. Aber ich verurteile niemanden, der das nicht tut. Der sagt es mir zu mühsam, ich will ja nur eigentlich chatten. Kann ich soweit nachvollziehen. Auch ich werde weiterhin WhatsApp haben, weil ich einfach von vielen Leuten nur über WhatsApp erreicht werde. Von Leuten, die ich vor allem nicht kenne. Ich will aber, dass die mir ganz unkomplizierten Nachrichten zukommen lassen können. Vor allem Journalisten, die was wollen von mir. Ich bin ja Experte. Drum trete ich ja quasi in den Medien auf als Experte. Drum muss ich möglichst erreichbar sein auf allen Kanälen. Das ist ein Benefit, der kostet mich nicht viel. Aber schon allein deshalb habe ich WhatsApp. Und dann gibt es verschiedene Radiosender, die kommunizieren grundsätzlich nur über WhatsApp. Und da werde ich nicht versuchen, 238 Angestellte davon zu überzeugen, sollen Threema nehmen. Sorry. Ist einfach so. Also da muss man wirklich, dann, das lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. Das ist einfach ein Fakt. Aber ihr könnt für euch natürlich bestimmen, mit wem ihr auf welcher Plattform kommunizieren wollt. Und wenn ihr findet, ich will Sicherheit und ich kommuniziere nur noch über sichere Messenger, ja, dann überzeugt die Leute davon, das zu nutzen. Da lege ich euch wirklich Threema ans Herz. Finde ich einen großartigen Messenger, der ist cool. Und die drei Franken dürften da definitiv kein Hinderungsgrund sein. So. Nächstes Thema. Twitter. Beziehungsweise Trump. Schwieriges Thema. Ihr habt es alle mitbekommen. Schreckliche Dinge in Washington passiert. Jetzt ist es so, inzwischen stand Montagmorgen, ist der Trump quasi offline. Er ist quasi von allen Plattformen verbannt worden. Allen voran natürlich auf seiner Lieblingsplattform Twitter. Twitter hat ihn rausgeschmissen. Sie haben ihn ja zuerst für zwölf Stunden irgendwie blockiert. Dann durfte er nochmal zwei, drei Tweets raushauen. Und dann haben sie seinen Account definitiv zugemacht. Den findet man jetzt auch nicht mehr, wenn man auf Twitter suchen geht. Der erscheint in der Suche schon gar nicht mehr. Der ist blockiert. Und sie sagen, wie immer. Facebook hat es vorher schon so gemacht. Instagram auch. Alle anderen inzwischen auch. Übrigens TikTok auch. Er wollte ja TikTok verbieten. Jetzt hat TikTok quasi den Trump verboten. So. Grundsätzlich finde ich das voll okay. Und zwar darf man auch da bei der ganzen Diskussion zwei Dinge nicht vergessen. Erstens. Es gibt Gesetze. Freie Meinungsäußerung. Das tönt gut. Da bin ich natürlich auch dafür. Das ist klar. Das ist wichtig. Aber ich kann auch nicht auf den Bundesplatz gehen. Hier bei uns. Regierungszentrum quasi in Bern. Und dort wahllos Leute anpöbeln. Rassistisch beleidigen. Und irgendwie fertig machen. Und dann kriege ich nach kurzer Zeit Probleme. Ist auch gut so. Im Internet ist es grundsätzlich genau das Gleiche. Wenn ich jemanden anpöbel und beleidige. Dann kann der mich auch entsprechend belangen. Und speziell. Und das ist der zweite Punkt. All diese Plattformen. Facebook, Instagram, Twitter. Das sind ja private Firmen. Und die können ihre eigenen Nutzungsregeln aufstellen. Und das machen sie ja auch. Es gibt die Twitter-Regeln. Es gibt die Facebook-Regeln. Und so weiter. Wenn sich ein normaler Mensch, wie wir das alle sind, nicht dran hält. Dann werden wir von der Plattform verbannt. Und zwar relativ schnell. Aber der Trump. Seit Jahren pöbelt er da rum. Und es ist ja eine Riesendiskussion. Schon seit vielen Jahren. Aber er wird halt eben nicht von der Plattform verbannt. Und jetzt halt schon. Und das ist halt einfach. Das zeigt letztendlich, wie opportunistisch diese Plattformen auch unterwegs sind. Das tönt jetzt gut. Da kann man sich profilieren. Hey, wir haben den amerikanischen Präsidenten geblockt quasi. Ha, 88 Millionen Follower. Aber das hätten sie schon vor vielen Jahren tun sollen. Also von dem her gesehen, das kommt jetzt, wo er eine lame duck ist. Jetzt, wo er quasi sowieso keinen Power mehr hat. Und in zwei Wochen aus der Regierung ausscheidet. Und in zehn Tagen. Ja, jetzt braucht das nicht wahnsinnig viel Mut, das zu tun. Aber er hat seit Jahren gegen sämtliche Regeln verstoßen. Auf den sozialen Netzwerken. Es hat schon lange Handhabe gegeben, ihn rauszuschmeißen. Hat man nicht gemacht. Und es gibt ja auch immer noch genug andere, die rumpöbeln. Andere Regierungschefs, by the way auch. Die sich auch nicht drum kümmern. Die werden auch nicht von Twitter verbannt. Also das ist natürlich etwas, das zeigt das Ganze halt. Diese Doppelbürdigkeit. Dieses Opportunistische, das diese Plattformen letztendlich haben. Und man muss ja auch wissen, gerade in den USA sind die Plattformen extrem unter Druck. Gerade, das war schon beim letzten Wahlkampf so, als Trump gewillt wurde 2016. Jetzt dieses Mal wieder. Und gerade Facebook auch hat ja aus dem Kongress massiven Druck bekommen. Und jetzt versuchen sie sich quasi in einem besseren Licht darzustellen und sperren ihn halt eben. Aber das wird ihnen wahrscheinlich nicht helfen, wenn es darum geht halt zu gucken, wie sie ihre Macht ausnutzen. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, Twitter hat Millionen, wenn nicht Milliarden verdient an Trump. Erstens weiß inzwischen die ganze Welt, was Twitter ist, was vor vier Jahren definitiv noch nicht der Fall war. Und zweitens ist es natürlich so, dass der auch ganz viele Follower mitgebracht hat und extrem viel Interaktion. Und ihr wisst ja alle, all diese Algorithmen springen immer auf Interaktion an. Du kannst irgendeinen Müll posten, wenn den möglichst viele Leute sehen, sich drüber aufregen, den weiter teilen, den negativ bewerten oder so. Dann springen all die Algorithmen an. Und das ist ja der große Vorwurf, den man diesen sozialen Netzwerken macht, dass sie quasi dadurch eben Hate Speech und all diese negativen Dinge erst recht noch befeuern, weil der Algorithmus das nämlich noch hochpusht und zusätzlich zeigt, YouTube ist übrigens nicht besser, um quasi dadurch mehr Interaktion zu kriegen, weil Interaktion letztendlich auch Klicks heißt und auch Geld heißt für die Plattform. Also die haben jahrelang unglaublich viel Geld verdient am Trump und all seinen Anhängern und diesen Schlachten, die da in den sozialen Medien ausgefochten werden und sperren ihn jetzt und tun jetzt so, wie wenn das ganz eine große Sache wäre. Und drum muss man da ganz klar sagen, ja, es steht ihnen eigentlich nicht an, da jetzt auch noch ein, daraus quasi so zu tun, wie wir haben den Trump gesperrt und ja, ist wichtig und überhaupt, dieser Hetzer und so. Aber hey, das war ja schon immer. Also das war schon früher so. Und da hat keiner einen Finger gerührt im Silicon Valley. Tja, und dann freie Meinungsäußerung. Auch da ist es natürlich letztendlich so, die Frage ist jetzt, was passiert jetzt mit ihm? Er ist jetzt wirklich ziemlich abgeschnitten. Das Parler, die App, das war ja auch so eine App oder ist eine App von vor allem rechtsradikalen, kompletten durchgeknallten Spinnern und so, die sich dann der freien Rede verschrieben haben, das heißt ja dann immer. Und die wird ja im Moment auch, Apple App Store hat sie rausgeschmissen, Google Play Store ist sie nicht mehr drin und vor allem viel gefährlicher für die Plattform. Jetzt hat Amazon den Vertrag gekündigt und schmeißt sie von ihren Servern. Das läuft nämlich alles auf den ARWS-Servern von Amazon. Also die werden so schnell nicht einen Provider finden. Die sind wirklich jetzt auch offline und wurden jetzt quasi weggeschmissen. Trump hin oder her, wie gesagt, da finde ich es positiv, dass man dem mal den Stecker gezogen hat. Aber das zeigt halt schon die Macht, die die Konzerne haben. Und vor allem die Macht, die Apple und Google haben. Weil wenn du nicht auf diesen zwei Plattformen hier bist, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes offline. Weil ihr schaut euer Nutzungsverhalten an. Wo tut ihr denn zum Beispiel chatten? Wo nutzt ihr Twitter? Ja, wohl wahrscheinlich kaum im Browser, oder? Die allermeisten machen das alles auf dem Smartphone. Das heißt, wenn eine App vom Smartphone fliegt, dann ist Ende Gelände. Also das ist natürlich schon etwas, ich sehe es jetzt hier eher positiv in dieser Trump-Bewegung, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Silicon Valley Firmen haben eine gigantische Macht. Und vor allem Google und Apple, weil es ja nur diese zwei quasi, der Smartphone-Markt ist ja aufgeteilt auf zwei. Und die können halt bestimmen, Daumen hoch, Daumen runter, ob eine App oder ein Service oder ein Dienst da überhaupt drin ist oder nicht. Und das, ja, eben wie alles, hat alles zwei Seiten. Es ist nie nur schwarz oder weiß. Aber letztendlich ist es so, es kann positiv sein, es kann aber auch extrem negativ sein. Es kommt halt immer darauf an, auf den Einzelfall. Aber es wirft halt schon nochmal so ein bisschen ein Licht auf diese Macht, die diese Konzerne im Moment, was heißt im Moment, schon länger, halt haben und wie sie damit auch umgehen. Oder wie sie eben auch falsch damit umgehen. Dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ohne jetzt politisch zu werden. Ich will hier keine Polit-Diskussion befeuern. Aber das war schon einmalig. Also ich meine, ein 88-Millionen-Follower-Account auf Twitter wurde noch nie gesperrt. Also das dürfte einer der reichweitenstärksten, wenn nicht sogar reichweitenstärksten Accounts der Welt sein. Der Real Donald Trump Account, weil da läuft so viel drauf. Der hat, glaube ich, 30 Tweets am Tag rausgehauen. Und plus vor allem die ganze Interaktion, die ja da waren, lief das ja gigantisch. Und das ist schon ein Novum, dass so jemandem quasi dann der Stecker gezogen wird. Kleiner Reminder noch am Schluss. Am 14. Januar um 4, also um 16 Uhr, stellt Samsung das Galaxy S21-Smartphone vor. Bin ich schon super gespannt drauf. Gibt eine Keynote, könnt ihr euch anschauen auf samsung.com oder auch auf YouTube. Mal schauen, was da rauskommt. Bin sehr gespannt. Hoffe dann auch bald ein Testgerät zu bekommen, damit ich mir das Ganze dann anschauen kann. Selbstverständlich gibt es dazu dann logischerweise hier noch ein Video. So, macht's gut. Startet gut in die neue Woche. Und bleibt vor allem gesund. Und bis bald. Tschüss. Und bis bald.